Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren Lernen. Heute geht es um abstrakte Klassen und das wird ein relativ einfaches im Vergleich zu den anderen Videos und ein relativ schnelles Video wahrscheinlich werden, denn abstrakte Klassen sind eigentlich schon quasi in eurem Repertoire drin. Ihr habt sie nur noch nicht benutzt sozusagen. Und was man dann normalerweise macht ist, die Schreibweise von Java zumindest ist Abstract, Class, ABC oder ABC. So, und was das jetzt kann, ist folgendes. Wir können hier tatsächlich auch irgendwelche Attribute reinschreiben. Zum Beispiel, ja, wir nehmen einfach mal ganz dreist das hier und nennen die einfach in Namen 2, Anzahl der Schüler 2, weil ich gerade echt einfallslos bin. Tut mir furchtbar leid. So, und jetzt haben wir hier auch eine Methode schon drin, die nennen wir jetzt also einfach so, dass es keine Konflikte gibt oder sowas, nennen wir die jetzt einfach mal neuer Schüler 2. Das ist alles okay in der abstrakten Klasse. Aber, was ich jetzt zusätzlich in der abstrakten Klasse auch machen kann, ist folgendes. Public, ähm, Function, äh, Int, keine Ahnung, ähm, meine Schüler. So, also zum Beispiel, es gibt mir eine, es gibt eine Funktion, die gibt mir meine Schüler zurück. So, und das, wie wir jetzt hier an diesem Semikolon erkennen können, ist eine abstrakte Methode. Das heißt, die hat keinen wirklichen Rumpf, diese Methode. Das heißt, wir können auch keine Instanz davon erstellen. Das heißt, auch sowas wie, ähm, ABC, ups, ABC, äh, A ist gleich new ABC. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Naja, selber Grund, wie bei den Interfaces, wir können hier keine Instanz von ABC erstellen, wie wir es von zum Beispiel Schule machen können, weil wir hier nicht wissen, wenn wir jetzt hier meine Schüler aufrufen, was dann eigentlich passieren soll. Ähm, das heißt, wir können diese Methode hier nicht benutzen. Das heißt, abstrakte Klassen sind auch einfach nur ausschließlich dazu da, um von ihnen zu erben. Das heißt, irgendeine Klasse, zum Beispiel Schule, kann jetzt von ABC erben, wie wir es hier schon gemacht haben. Und dann eben die abstrakten Klassen müssen noch fertig implementiert werden. Das heißt, es muss der Code reinkommen. Das heißt, hier unten muss dann public function int meine Schüler return 42 rauskommen. Sowas in die Richtung. Und, äh, hier sehen wir, okay, das ist jetzt keine abstrakte Methode mehr, sondern sie hat einen Rumpf und, ähm, wir haben hier tatsächlich auch einen Rückgabewert. Alles ist gut, alle sind glücklich und diese Klasse kann dann logischerweise auch instanziert werden, während abstrakte Klassen können das nicht. Aber, was jetzt hier bei abstrakten Klassen, also abstrakte Klassen sind im Endeffekt eigentlich ein Zwischending zwischen Interfaces, die ja wirklich ausschließlich immer nur, ähm, diese abstrakten Methoden haben und keine einzigen, also nicht wirklich gar keine, ähm, Attribute haben. Das heißt, Bildungsinstanz, oder, äh, Interfaces sind absolut abstrakt, während abstrakte Klassen sind so ein Zwischending. Die können hier auch wirklich schon Methoden haben, die nicht abstrakt sind. Sie haben aber mindestens eine abstrakte Methode, deswegen kann man keine Instanz von ihnen erstellen und sie können auch irgendwelche Attribute haben. So, und jetzt überlegt ihr mal ganz fix, Kann man von abstrakten Klassen Mehrfachvererbung verlangen? Geht das ja oder nein? Pausiert mich, überlegt kurz und jetzt machen wir weiter. Warum kann man von abstrakten Klassen keine Mehrfachvererbung machen? Naja, wenn ich jetzt hier eine abstrakte Klasse habe, die zum Beispiel diese Funktion oder, wollt, neuer Schüler 2 hat, dann passiert folgendes, ich kann natürlich jetzt auch noch eine zweite Klasse haben, die auch neuer Schüler 2 hat und dann dürfte ich ja von beiden erben und die würden sich wieder beißen. Die eine hier ist auf jeden Fall mit Code gefüllt und da wird sich dann wieder irgendwas beißen. Das heißt, wir hätten zum Beispiel hier die Möglichkeit, ähm, Abstract Class ABC2 und abstrakte Klassen dürfen ja auch wirklich diesen Funktionen Rumpf hier füllen, müssen nicht dürfen aber, das heißt, wir könnten hier sowas machen, wenn wir dann von ABC2 und ABC hier erben würden, dann wird sich hier wieder diese Funktion beißen. Das heißt, hier haben wir auch wieder wie bei normalen Klassen einen Fall von Mehrfachvererbung, der nicht so einfach aufgehoben werden kann. Da kommt dann wieder das aus dem letzten Video zu tragen. Das heißt, abstrakte Klassen werden so behandelt wie normale Klassen, wenn es um Vererbung geht, ähm, und sind wirklich so ein Zwischending. Das hier ist ein Interface-Teil, das ist quasi ein Teil von der normalen Klasse, das ist Teil von der normalen Klasse und wegen dem Interface-Teil kann ich keine Instanz erstellen, aber wegen dem hier kann ich auch keine Mehrfachvererbung machen. Das heißt, die sind eigentlich scheiße in beide Richtungen, aber man benutzt sie trotzdem mal ganz gerne, weil es irgendwie trotzdem ganz angenehm ist und wenn man nur von einer Klasse erben muss, ist das auch völlig in Ordnung. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.